Hallo! In diesem Video lernst du, was ein Funktionsgraf ist und wie man Werte aus einem Funktionsgrafen ablesen kann. Wir sehen hier in gelb dargestellt den Graphen der Funktion f. Die Definitionsmenge der Funktion f sind die reellen Zahlen. Die Definitionsmenge ist hier auf der waagrechten Achse dargestellt. Diese bezeichnen wir für gewöhnlich auch als x-Achse. Die Wertemenge der Funktion f sind ebenfalls die reellen Zahlen. Die Wertemenge ist hier auf der senkrechten Achse dargestellt. Hier beschriftet Wertemenge w. Und diese Achse bezeichnen wir für gewöhnlich auch als y-Achse. Wie bereits erwähnt, bezeichnen wir die gelbe Kurve als Funktionsgraf. Und wir können auch sagen, das ist der Funktionsgraf von f. Der Funktionsgraf besteht genau aus allen Wertepaaren x und f von x. Das heißt, wir können Wertepaare der Funktion f ganz einfach aus dem Funktionsgrafen ablesen. Betrachten wir zunächst jene Wertepaare, die hier am Funktionsgrafen mit 1 markiert sind. Und lesen wir die Werte der Definitionsmenge von den beiden Wertepaaren ab. Dann sehen wir, dass hier der zugehörige Wert der Definitionsmenge 6 ist. Und hier bei diesem Wertepaar ist der Wert aus der Definitionsmenge minus 3. Ich habe schon begonnen, hier die Wertepaare hinzuschreiben. Aber ich habe nur den Wert aus der Definitionsmenge eingetragen. Wir sollen nun jeweils den zugehörigen Wert aus der Wertemenge eintragen. Ich versuche das zunächst wieder alleine und basiere dazu das Video. Wir sehen, dass für dieses Wertepaar hier oben der zugehörige Wert der Wertemenge 3 ist. Das heißt, wir können für dieses Wertepaar hier 6 und 3 eintragen. Und für dieses Wertepaar ist der zugehörige Wert der Wertemenge minus 2. Das heißt, wir haben das Wertepaar minus 3 und minus 2. Wir können die Wertepaare einer Funktion auch als Funktionsgleichung anschreiben. Also f von 6 ist gleich 3 und f von minus 3 ist gleich minus 2. Betrachten wir nun das Wertepaar, das hier im Funktionsgrafen mit 2 beschriftet ist. Wir sehen, der Funktionsgraf schneidet hier an der Stelle x ist gleich 2 die waagrechte Achse. Das heißt, welche Werte müssen wir hier in die Funktionsgleichung für dieses Wertepaar hier eintragen? Ich versuche das zunächst wieder alleine und basiere dazu kurz das Video. Beim Wertepaar, das hier mit 2 beschriftet ist, ist der zugehörige Wert der Definitionsmenge der Wert 2. Und an dieser Stelle, also beim Wert 2, schneidet der Funktionsgraf die waagrechte Achse. Das heißt, der Wert der Wertemenge muss 0 sein. Den Wert x ist gleich 2 bezeichnet man übrigens auch als Nullstelle der Funktion f. Betrachten wir nun das Wertepaar, das im Funktionsgrafen hier mit 3 beschriftet ist. Wir sehen, dass der Funktionsgraf unsere senkrechte Achse bei minus 3 schneidet. Das heißt, wir wissen, dass der Wert der Wertemenge, also unser y-Wert, gleich minus 3 sein muss. Und da der Funktionsgraf die y-Achse bei minus 3 schneidet, muss der zugehörige Wert der Definitionsmenge hier der Wert 0 sein. Das heißt, wir haben für dieses Wertepaar f von 0 ist gleich minus 3. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.